Es braucht auch Tage wie diese, wo man einfach nur Zeit miteinander verbringt. Denn so baut Mensch und Tier den Stress am besten ab. Ich glaube, Benni kann das bestätigen. Und was braucht ihr genauso wie wir? Genau, und Zuneigung. Natürlich ganz viel Kuschelzeit. Mit was essen mit Futter? Du und deine Spinnen. Irgendwann wachsen dir zusätzliche Beine und dann krabbelst du wie die Spinnen hier rum. Naja, kennst du Spider-Man? Er wurde von einer Spinne gebissen. Ich esse die. Nur der Dussel und seine Fiecher. Hat Charlie dich gerade Dussel genannt? Ist aber nicht nett. Gemein. Aber du hast Charlie letztens auch ganz schön aufgezogen mit seinem Zahnarzt und dass er kein Fleisch mehr essen darf? Das war auch nicht schön. So wie beim Charlie jetzt. Bin traurig. Sei nicht traurig, Benni. Komm her, busseln. Oh, das rumgehe Schmerz. Ich war auch Arsch. Ja, ich weiß, Charlie. Aber der braucht es gerade. Noch ein Schmerzer. Okay. Als ob der heute nicht schon genug gekriegt hat. Fuss. Fuss. Ich sag's euch. Das machen die den ganzen Tag. Nur am Schmieren. Unmöglich. Kann ich wahr? Unmöglich. Vielen Dank.